Ich möchte wahrscheinlich noch vor zwei Monaten saß ich in meinem Büro, im 41. Stab als Jürgen, und ich schrieb in einem Traum, in einer amerikanischen Traum. Und jetzt bin ich wieder da. Und möchte euch eine Frage stellen. Gibt es eine pakistanische Traum? Die Militärte, die Trennivare, ich schreibe uns in der Tür. Na, ganz, machen Sie, ich habe jetzt.